Gleis 2, Einfahrt RD, 58, nach Osnabrück-Hauptwahrung über Delmenhaut. Abstand 13.22, durchfalle Einfahrt. Gleis 6, Einfahrt RD, 59, nach Bringerhaven-Wähl, über Bremenbogen, 18, 13.40 Uhr, vorsichtbare Einfahrt. Gleis 5, Direkt gegenüber. Gleis 6, Einfahrt RD, 59, nach Bringerhaven-Wähl, über Bremenbogen, 18, 13.40 Uhr, vorsichtbare Einfahrt, direkt gegenüber IC, 23.11, nach Stuttgart-Vorpommern, über Osnabrück. Gleis 1, Einfahrt RD, 59, nach Bringerhaven-Wähl, über Osnabrück, 18, 13.40 Uhr, vorsichtbare Einfahrt. Gleis 1, Einfahrt IC, 24, 31, nach Cottbus, über Verden, Abfahrt 14.09 Uhr, vorsichtbare Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse R, S4, nach Nordenham, über Delmenhorst. Abfahrt 14.10 Uhr, von Gleis 2, R, S3, nach Bad Zwischenahn, über Delmenhorst. Abfahrt 14.15 Uhr, von Gleis 3 und RE8, nach Hannover Hauptbahnhof, über Nienburg. Abfahrt 14.17 Uhr, von Gleis 7. Gleis 1, Einfahrt IC, 25, 16, nach Bad Zwischenahn, über Gleis 2, R, S3, nach Bad Zwischenahn, über Bad Zwischenahn, über Gleis 1, Einfahrt. R S 3 von Oldenburg, Ankunft Düsseldorf 20, bitte nicht einsteigen, Vorsicht bei der Einfahrt. R S 3 von Oldenburg, Ankunft Düsseldorf 20, bitte nicht einsteigen, Vorsicht bei der Einfahrt. R S 3 von Oldenburg, Ankunft Düsseldorf 20, bitte nicht einsteigen, Vorsicht bei der Einfahrt. R S 3 von Oldenburg, Ankunft Düsseldorf 20, bitte nicht einsteigen, Vorsicht bei der Einfahrt. Kongleis 8, direkt gegenüber und R S 1 nach Bremen-Fegesack über Bremen-Wallet, Abfahrt 14.49 Uhr, Kongleis 5.